Wir haben alle Relikte zu Goldrelikten umwandeln können, sammeln können. So, und jetzt holen wir uns den letzten Prozent, indem wir zu unserer Schwester Coco gehen. Und sie gibt uns ein Geschenk. Okay, oder auch nicht. Ähm, ja, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Ach Gott, nee, Moment, ich war zu voreilig. Ah, schon wieder, ich war zu voreilig. Es gibt ja noch diese zwei Geheimlevel. Stimmt, genau, da muss ich ja auch noch. Stimmt ja, stimmt ja. In diesem Level gibt es ja noch ein Geheimlevel. Und da muss ich halt auch die Goldrelikte schaffen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Oh, zu früh gefreut. Oh Mann, oh Mann, das bin wieder typisch, ich bin mal voreilig sein. Ach, also kommen doch noch zwei Relikte. Also ist der... Also ist der Terror noch nicht vorbei. Ich habe mich schon so gefreut. Ich habe mich wie ein Kula-Keks gefreut. Wie ein richtig eckiger Kula-Keks, habe ich mich gefreut. Also in dem Level gibt es halt noch dieses Geheimlevel, wo man mit dem Dinosaurier, ähm, ähm, dieses eine kleine Level schaffen muss. Eigentlich geht es dann nur um hoch- und runterspringen. Und, ja, mal gucken, ob ich da... Mal gucken, ob ich da irgendwie was verbessern kann. Wobei, ich sag mal so, also für mich persönlich, die schwierigsten Level habe ich eigentlich jetzt alle gepackt. Oh, hala. So, hier war jetzt wieder vom zweiten Flugsaurier fangen lassen. Äh, genau. Somit kommen wir zum letzten Level. Beziehungsweise Quatsch. Was erzähle ich? Ja, hier gilt es jetzt wieder... ...halt das... ...Goldreinig zu holen. Okay, einmal nur. Okay, einmal nur. Ja, das war nix. Kann ich jetzt schon wieder vergessen. Okay, aber es reicht auch... ...es reicht also, x ganz leicht anzustupsen. Okay. Ach, Gott, was war das? Oh, man, das wäre ne tolle Zeit geworden. Ja. Da hätte ich die x-Taste doch ein bisschen... ...härter drücken sollen. Und das war es auch wieder. Ach, Mensch. Okay, das war knapp. Okay. Sogar Platinum. Na, lecket mich am Arsch. Ist das geil oder was? Ich hab'n Dino verloren, aber Platinum geholt. Ey, ist das ne Leistung oder was? Mann, Mann, Mann. Unfassbar. Also heute ist wirklich mein Tag. Beziehungsweise, ja, wie gesagt... ...was das Spielen angeht, auf jeden Fall. Okay, also jetzt fehlt uns wirklich nur noch ein Relikt. Und das ist dann hier dieses... Genau. Da muss ich halt das Alien-Schild umfahren und dann... ...das müsste jetzt aber wirklich das Letzte sein. Wenn das... Werne dann zwei... Ne, warte mal, äh, 37 Level? Ne, 32. Genau 32 Level. Ja, genau so geil fahre ich bei Driver dann auch. Okay, okay, also jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Das letzte Gold-Relikt. Mir fällt grad auf, das war, glaube ich, mein erstes Platinum-Relikt, was ich grad geholt hab. Mal gucken, das war, welches Level waren das? Ach so, genau. Genau, genau. Da ging's ja praktisch darum, so schnell wie nur möglich... Dabei kann man hier irgendwo ne Maske sammeln, dann könnte ich eigentlich auch, ähm... Naja, gut. Da, 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 da... Genau, und so schnell wie nur möglich überhaupt jetzt zurück. Gleich noch ein bisschen Zeit einsammeln. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Habe ich das? Habe ich das? Nein! Okay, und jetzt so schnell wie nur möglich jetzt zurück. Gleich hier noch ein paar Kisten einsammeln. Zack. Ah, scheiße, die hab ich nie bekommen. Zwei. Ach Gott, war das knapp. Ah, scheiße, nee, jetzt hab ich schon wieder Zeit verloren. Ja. Weil ich jetzt so nie wusste, wo ich gelangt muss. Wobei, du ist noch nicht verloren. 33? Immer noch nicht. Ja, ich wäre schon unter 30 da, aber ich hab, äh... Ich hab mich halt verfahren. Ey, komm, Alter. Ey, lass mir doch jetzt nicht bei diesem letzten Relikt noch irgendwie im Arsch treten. Ja, komm, hier. Bumm. Hab die scheiß Kiste übersehen. Ja, komm, hier. Okay, neun Sekunden erst. Wir haben eine gute Zeit. Komm schon, wo muss ich denn hin? Da muss ich hin. Ja, los, jetzt Gold. Gib mir Gold, gib mir Gold. Ich hab Gold. Verdammt. Scheiße. Ist das geil. Ist das aber auch geil, aber wirklich. Himmel, Arsch und Zwirn. Ich hab's gepackt. Nun ist aber gut. Das war aber jetzt wirklich das letzte Level, ey. Da können wir sagen, was ihr wollt. Wirklich. Mann. Boah, ey. Aber wirklich. So, das wäre getan. Jetzt aber wirklich. Jetzt bekommen wir aber wirklich den letzten Prozent von unserer Schwester Coco. Wenn das jetzt nicht passiert, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, da ist der Edelstein. Feuerwerk. Juhu. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Juhu. Ja, das wär's gepackt. Und wir sehen 105 Prozent. Alles gesammelt. Aha. Wir können wieder Wein und Sekt mitbringen. Genau, 40. Ja, genau. Alle Edelsteiner. Alles. Wir haben alles. Ja. Einmal Platin, 29 Gold. Uh. Geschafft, geschafft. Und wir freuen uns nochmal. Wir freuen uns wie ein Cola-Keks. Juhu. Oh Mann, echt. Ja, gut. Das war's jetzt also. Das war jetzt wirklich, das war's, ja, das war jetzt praktisch alles. An der Stelle würde ich mal... An der Stelle würde ich mal, äh... Ja. Ich könnte jetzt noch sagen, bei einigen Leveln könnte ich wahrscheinlich, äh, noch das Platinum holen. Aber das werde ich mir ganz ehrlich nicht antun, weil, ja, ich hab schon wirklich mit Gold große Schwierigkeiten gehabt. Hier zum Beispiel könnte ich das Platinum noch holen, aber... Wie gesagt, das ändert halt auch nichts mehr, äh, wirklich an den Prozentsaal. Denn mehr als 105 gibt's nicht. Und, ja, an der Stelle, äh, an der Stelle habe ich das Spiel durchgespielt zu 105% und, ähm... Ja, das war praktisch jetzt, sozusagen, das Let's Play. Somit ist mein erstes Let's Play beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ja, allgemein, allgemein, ähm, allgemein sicher ist aufzufallen, ähm... Ich rede vielleicht nicht so viel wie andere Let's Player, aber halt, ja... Für mich selber macht's Spaß, das zu machen und, ähm... Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, auf Wiedersehen. Vielleicht vielen Dank fürs Zuschauen, wenn denn überhaupt einer zuschaut. Und, ja, ich schätze mal so oder so, wie das Let's Play läuft, sehen wir uns dann wieder in einem weiteren Let's Play. Ähm, sehr wahrscheinlich Let's Play Driver 2 und, ja, an der Stelle, nochmals, vielen Dank fürs Zusehen. Und, ja, bis dann.